Hallo! Hallo, Sie da! Warten Sie! Äh, keine Briefe für den Weihnachtsmarkt? Wir haben unsere Wünsche diesmal getwittert. Tweet, tweet. Oh, 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 oh! Nein! Hey, hey, hey! Gib das zurück! Hey, ho, ho! Kommt zurück damit! Oh nein, Brody, bei Fuß! Hey, keine Sorge, er ist harmlos. Ja, das hab ich schon mal gehört. Nicht von mir. Hi, ich bin, ich bin Matt, der Postbote. Nun, hallo, Matt, der Postbote. Oh, ist, ist das, das ist für mich, schätze ich. Oh, ja, ich glaube schon. Ähm, okay, warum stecken Sie ihn, ähm, ähm, wissen Sie was? Hier hin. Ah. Na, dann bis bald, Matt, der Postbote. Okay.